Preis und technische Daten des schönen HTC des IRR 12 HTC-Handys, die von Ägyptern geliebt werden, weil sie aus guten Materialien bestehen und harte Arbeit standhalten. Aber HTC war weit davon entfernt, ein gutes Telefon mit technischen Daten anzubieten, um mit 2018 zu einem vernünftigen Preisschritt zu halten. Aber es löste dieses Problem durch die Ausgabe eines HTC-Telefons. Das IRR 12 mit einem neuen Display mit modernem Design zu einem Preis, der der Mittelklasse für Liebhaber von HTC-Handys entspricht. HTC des IRR 12 mobile technische Daten, Minus. Unterstützt die Verbindung zu Netzwerken der vierten Generation über zwei SIM-Karten oder einen Verbindungschip und eine Speicherkarte. Sehr geringes Gewicht von 137 Gramm mit Abmessungen von 148,5 x 70,8 x 8,2 mm. 5,5 Zoll Y-LCD-Bildschirm mit 9,18, 9 Dimensionen mit HD-Plus-Auflösung und niedriger Pixel-Lichte von 293 Pixel pro Zoll. Es kommt mit Android Nougat 7.1 mit HTC-Sense-Bedienoberfläche. 1,3 GHz Quad-Core Mediatik MT6739 Prozessor, unterdurchschnittliche Leistung mit Pover-G 8100 Grafikprozessor. 32 GB Speicherplatz mit 3 GB RAM. Unterstützt die Installation einer zusätzlichen Speicherkarte mit bis zu 2 TB und wird anstelle des zweiten Verbindungschips installiert. Unterstützt ein zusätzliches Mikrofon, um Rauschen zu vermeiden. Rückfahrkamera mit einem schmalen 13 Megapixel Objektiv mit 1,2,2 Objektivschlitz mit LED-Blitz und 1080p Videoaufzeichnung mit 30 Bildern pro Sekunde. Eine 5 Megapixel Frontkamera mit einem ultrabreiten 1,2,4 Objektiv. Unterstützt Mikrosp 2.0. Fingerabdrücke werden nicht unterstützt. Gyroskop kompatibel. Der 2730-Mai-Akku unterstützt kein schnelles Laden. Es kommt in Farben, Schwarz, Silber. HTC des IR-12 Eigenschaften, Minus. Leichtes und cooles Desichen von HTC. Gyroskop kompatibel. Nachteile des HTC des IR-12, Minus. Die Frontkamera bietet keine gute Leistung. Sehr schwache Prozessor und nicht auf dem Niveau der Preiskategorie des Telefons. Fingerabdrücke werden nicht unterstützt. Niedriger Batteriestatus. Telefonbox-Inhalt, Minus. Telefon, Lautsprecher, Ladegerät, USB-Anschluss, Metallstift, Bedienungsanleitung. Die letzte Aktualisierung des Mobilfunkpreises erfolgte am 9. Dezember 2018. HTC des IR-12 Handypreis, Minus. 220 Dollar.